So, willkommen zurück zur elften Folge des Multiplayer Let's Plays mit mir, dem Xanos und dem Agitellos. So sieht's aus. Ja, ich denke, wir werden dieses Mal was Neues ausprobieren. So wie es aussieht, werden wir nämlich die Monorail mit einbauen. Die ist ja mit dem letzten Patch auch mit eingebaut worden und jetzt ist sie auch verfügbar. Und wir beide haben uns die gekauft und werden die wohl mit einbinden. Ich werde noch versuchen, meine Überfüllung, also die zugelassene Überfüllung auf 0% zu reduzieren, damit einfach mein Ansehen etwas mehr steigt. Und ja, so ist mein Plan derzeit. Ja, also viel mehr habe ich auch nicht vor. Ja, Monorail gucken, eine Linie baue ich auf jeden Fall. Dann wird's schon wieder sehr, sehr knapp mit dem Geld. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach auch mal auf der etwas höheren Geschwindigkeit spielen. Genau. Ja. Und hoffen, dass das Spiel das schafft, ohne dass es uns die Synchronität rauswirft, aber zweifach mal schneller dahinbekommen, dass unsere Kredite auslaufen. Weil sonst wird's teuer. Ja, leicht. Ach, das stimmt. Also im Moment ist der Zinssatz bei mir schon sehr, sehr hoch. Ja. Bei 439. Das ist nicht mehr so schön. Gut. Dann bin ich gerade am überlegen, wo ich jetzt meine Monorail hinbaue. Da, wo du gerade anfängst, war auch so meine Idee. Kannst natürlich auch auf der anderen Inselseite direkt eine bauen, aber das wird dann auch wieder teuer, weil du dann erst die Straßen noch bauen musst wahrscheinlich, ne? Also. Genau. Auf jeden Fall musst du die bauen, aber das wird wahrscheinlich dann sehr teuer. Das stimmt. Ich bin am überlegen. Was habe ich denn hier noch nicht abgedeckt? Eigentlich ist ja alles abgedeckt. Netzabdeckung. Also eigentlich wäre es nur ein Bequemlichkeitsfaktor für meine Kundschaft, hier noch eine Monorail mit einzubinden. Weil hauptsächlich ist eigentlich alles abgedeckt. So Kleinigkeiten sind noch nicht abgedeckt, deswegen. Gut, dann kumme ich mich erstmal ein bisschen um das, ähm, ja, um die Überfüllung und dann gehe ich rüber auf die andere Seite. Ja, dann haben wir ja auch schon mal für dich einen schönen Plan gefunden. So, ich baue jetzt gerade schon eine Monorail-Linie und, ähm, baue die jetzt über den Straßen. Da haben wir den etwas nicht so schönen Effekt, dass halt die Säulen nicht da sind, weil die über den Straßen nicht gebaut werden. Aber es ist halt ganz nett, dass man dann, ähm, keinen zusätzlichen Bauplatz für Häuser wegnimmt. Und das ist halt ein Vorteil, deswegen baue ich die Linien über die Straße drüber und, ja, nehme dann halt in Kauf, dass da keine Stelzen gebaut werden. Und, ähm, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich achte nicht wirklich darauf, dass da diese Stelzen unter sind. Und wenn man mehr von oben drauf guckt, dann fällt das auch gar nicht auf. Ne, genau, sieht man ja nur, wenn man seitlich darauf guckt, das stimmt. Es wäre natürlich schöner, aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt habe ich mein Geld aufgebraucht. Das habe ich schon befürchtet, dass das schnell passiert. Und muss jetzt natürlich wieder, wieder Geld aufnehmen. Ich versuche es jetzt mal kurz zu halten, auch wenn es mich natürlich dann stark ins Minus drückt, das ist keine Frage, aber... Hauptsache, die gehen schnell wieder weg, die Kredite. Ja. Dann kann man auch schneller wieder neue aufnehmen. Aber mit der Manorail verdient man ja auch relativ gut. Ja, also... Haben wir mittlerweile festgestellt. Genau, die ist eigentlich dann vom Verdienen her schon sehr, sehr stark vergleichbar mit einer U-Bahn. Nur, dass halt die Kapazitäten kleiner sind. Also, die ist wirklich so eine Mischung aus U-Bahn und Straßenbahn. Man hat das Gelöste komplett vom anderen Verkehrssystem, also keinen Stau. Man hat etwas höhere Kosten beim Bauen, weil man halt diese Schienen legen muss, die teurer sind als Straßenschienen natürlich. Ja, aber dafür hat man sehr, also die Geschwindigkeit ist sehr hoch bei den Fahrzeugen. Fahren sehr schnell, transportieren viele Leute dann dadurch, obwohl sie halt eine kleinere Kapazität haben. Und das gleicht sich dann aus mit der Geschwindigkeit. Insgesamt macht man da viel Geld mit. Das stimmt. Das haben wir auch in einem Spiel gesehen, was wir privat gemacht haben. Da haben wir die schon ein bisschen getestet und das lief auch sehr gut eigentlich. Genau, da haben wir ganz auf U-Bahn verzichtet. Und auch in anderen Spielen mache ich es jetzt oft so, dass ich dann die U-Bahn wirklich nur noch als, ja, mehr so als S-Bahn benutze. Wirklich nur dann, wenn die Monorails überfordert sind. Ja, hier in dem Spielstand haben wir jetzt natürlich schon U-Bahn, die uns ja auch schon gutes Geld bringen. Aber da kann man natürlich dann auch gucken, dass man jetzt in dem, was wir neu bauen, ein bisschen mehr auf Monorails setzt. Genau. Ja, also ich bin jetzt halt dabei, meine Fahrpläne komplett anzupassen, weil ich die Überfüllung jetzt wirklich auf 0 runter gedreht habe, auf 0%. Und, ja, das heißt, ich kaufe viele Fahrzeuge noch dazu. Ähm, der Takt ist allgemein ein bisschen dichter, sodass, ähm, ja, dass einfach die Zufriedenheit steigen wird. Ja. Und damit erhoffe ich mir letztendlich, dass ich mehr, ähm, ja, mehr nehmen kann für die Strecke. Ja, im Endeffekt will man natürlich schon auch Geld verdienen. Weil das Verdichten, das bringt ja auch letztendlich viel, dadurch, dass, ähm, die, ja, dass die öfter fahren, gibt es weniger gelbe und rote Köpfe. Also, ärgerliche Person und dadurch bringt das schon viel an Ansehen und Beliebtheit. So, meine Monoverline ist jetzt schon fertig. Drei Fahrzeuge brauche ich nur, das ist ganz gut. Ja, das liegt ja an der hohen Geschwindigkeit. Ja, ist jetzt nicht unglaublich lang, die Strecke und dann halt hohe Geschwindigkeit. Da spart man auch nochmal ein bisschen, darf man auch nicht vergessen. Natürlich, klar, die Kapazität ist eigentlich wie eine Straßenbahn. Da braucht man dementsprechend dann mehr, wenn man wirklich so viele wie mit einer U-Bahn transportieren möchte. Ja, und vielleicht entwickelt sich dann das Gebiet, in dem ich die jetzt gebaut habe, auch ein bisschen weiter. Da stehen jetzt vorwiegend kleine Häuser. Okay. Es sind natürlich dann nicht so viele Gäste, die dann da generiert werden, aber... Falls sich das entwickeln sollte, das Gebiet, wäre das ja gar nicht so schlecht. So, jetzt habe ich hier schon eine volle Bahn. Das ist ja schon mal ganz gut. Eine volle Mono-Wale hast du schon? Ja, genau, die volle Mono-Wale, die fährt jetzt gerade schon zurück zum Bahnhof wieder. Oh, dann rentiert sie sich ja schnell wahrscheinlich. Ja, macht ja auch schon 300 plus. 350. Ja. Ja, und das ist jetzt natürlich auch eine Alternative, oh, so, für die U-Bahn-Linie 2, die ich hier habe. Trotzdem ist die noch ganz gut besucht, das freut mich, da muss ich natürlich aufpassen. Aber ich muss den Takt jetzt schon verdichten für die Mono-Wale. Zumindest abends jetzt gerade ist es hier schon ziemlich voll. Okay. Da ist nämlich jetzt gerade eine Bahn abgefahren, aber immer noch 44 Leute, die da warten. Ui, ja, da solltest du dann schon drauf achten, dass da ein paar mehr fahren. Ja. Setze ich noch ein paar größere Züge zusätzlich auch noch ins Depot rein und dann noch ein bisschen verdichten hier. So, erstmal ein paar einzelne Züge dazu. Aber ich merke auch, dass bei mir jetzt wieder ein bisschen mehr los ist. Ich glaube, das liegt auch an deiner Infrastruktur. Genau, ich habe auf jeden Fall jetzt ja schon wieder mehr Leute zu dir hingeliefert. Zwei, drei volle Mono-Wale-Ladungen kamen jetzt schon bei dir an. Die nächste ist gerade schon wieder unterwegs. Die wollen zu wahrscheinlich 80 Prozent dann mit deinen Linien weiterfahren, denke ich mal. Weil sonst könnten sie auch mit meiner U-Bahn erst in meinen Stadtkern fahren. Dann müssten sie nicht da hoch zum Bahnhof. Genau. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus im Moment. Nur meine Straßenbahnlinie, die ist ein bisschen überfüllt. Aber die habe ich schon angepasst. Sonst habe ich das eigentlich ganz gut im Griff im Moment. Welche Linie fährt hier? Das ist Linie 1. Ja, der Gewinn ist jetzt schon auf 1700 gestiegen. Also die Linie wird sich auf jeden Fall sehr schnell lohnen. War eine gute Idee, die jetzt sofort zu bauen. So soll es sein. Auch direkt eine positive Rückmeldung für dich. Also sobald du den Platz dafür hast, eine Mono-Wale zu bauen, wird sich wahrscheinlich, sehr sehr wahrscheinlich lohnen. Also da mache ich mir keine Gedanken, dass sich das dann irgendwie nicht lohnen sollte. Ja, besonders da wir ja schon eine gute Vorstrukturierung haben. Also die wird dann ja schnell neue Besucher anziehen. Genau. Ohne dass wir da lange warten müssen. So, jetzt muss ich mal schauen, was ist denn hier mit meinen Bussen los. Staunen die sich irgendwo oder warum? Naja, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber irgendwie fehlen dem Depot Fahrzeuge. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur so, wie immer. Der typische Verlust von Fahrzeitstau, keine Ahnung. Eine Ampel zu viel bekommen und dann... So, Fahrpreise erhöhen anscheinend. Wahrscheinlich die Mono-Wale. Ah, ne, die U-Bahn. Ganz gewaltig. So, wie sieht es eigentlich mit meinen Zonen aus? Ja gut, die blaue Zone ist ja Quatsch, weil da fährt ja von mir gar nichts. Dann ziehe ich die mal hier so lang, weil ich gemein bin. Habe ich jetzt unseren Hauptbahnhof als blaue Zone definiert. Also alle, die zu dir wollen, müssen bei mir jetzt nochmal mehr zahlen. Und dann bei dir nochmal was zahlen, natürlich. Ja, das ist schon ärgerlich. Sieh. Ich weiß nicht, ist die Wirtschaft gerade so gestiegen oder warum kann ich meine Preise so erhöhen? Also ich habe, glaube ich, schon länger nicht mehr eingeschaut. Meine kann ich auch gut erhöhen. Ich gucke mal in die Wirtschaft rein. Wo haben wir es denn hier? Stadt. Stadtdiagramme ist das, oder? Da, Wirtschaft. Ja. Oh ja, das Wachstum macht gerade einen Riesenschuss nach oben. Okay, dann liegt das daran. Ich habe mich schon gewundert, dass ich fast alles erhöhen konnte. Also ich werde jetzt auch meine U-Bahn-Tickets hier mal anziehen. Also in den Schritten, in denen ich hier hochgehe, da würde wahrscheinlich aus Protesten in der echten Welt keiner mehr mit meiner Bahn fahren. Einfach mal hier so unglaubliche Preissprünge mit einem Mal. Aber ich glaube, wenn du deine Preise anpasst, kann ich meine auch schon wieder ein bisschen erhöhen. Weil die dann merken, oh, beim Konkurrenten ist es auch nicht mehr so günstig. Ja, genau. Ja, das ist ja schon allein so, wenn man irgendwie die Preise von dem einen Verkehrsmittel ändert, dann passiert es auf, dass halt das andere auf einmal auch geändert werden kann. Genau. Weil die ja alle so ein bisschen voneinander abhängen. So nach dem Motto, wenn die U-Bahn billiger ist als die Straßenbahn, dann kann da irgendwas nicht stimmen. So, ganz schön viel rumgeklicke jetzt hier gerade. Aber so lass es jetzt erstmal. So. Gut, Preise angepasst. Manuel Fährt ist immer noch überfüllt. Muss ich wahrscheinlich nochmal verdichten. Ach ne, wir haben jetzt drei Uhr. Dann sollte ich vielleicht meine Nachtlücke rausnehmen. So. Und die Verdichtung verlängere ich dann. Auf halb drei. Ja, also die Linien, die jetzt oben im Dorf, also auf dem Berg sind, die werden jetzt auch mehr genutzt, also da muss ich auch ordentlich anpassen. Und verdichten, also das ist mir gar nicht so aufgefallen eben. Aber die sind auch extrem voll. Ja, der Bus, der die Leute da hochbringt, der kommt ja gerade oben an, der ist auch randvoll. Also das ist natürlich auch immer so ein Flaschenhals, weil die Leute, die hoch und runter wollen, müssen ja immer über diese Linie. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, ähm, eben hatte ich ja noch 6.000 minus und jetzt habe ich 25.000 plus. Also, ich glaube, es hat schon was gebracht, dass ich, ähm, das auf Überfüllung auf Null mache. Ich glaube, das bringt viel. Ja. Kann ich auch mal ausprobieren. Dann haben wir direkt noch einen zweiten Test sozusagen, um das dann zu bestätigen oder auch nicht. Genau, es kann auch gut sein, dass es einfach nur an den Preiserhöhungen jetzt lag. Aber ich kann... Schau mal kurz. Ja, okay, ich glaube, es liegt an den Preiserhöhungen, weil ich habe, äh, mehr Kredit aufgenommen. Ich hatte gerade minus 45.000, habe Kredit aufgenommen, meine Preise erhöht, jetzt habe ich minus 26.000. Also, ich habe jetzt 20.000 plus gemacht, obwohl ich einen Kredit aufgenommen habe. Ja, okay, dann liegt das vielleicht auch eher da dran. Anscheinend ein sehr, sehr guter Wirtschaftsaufschwung gerade. Kombination, mehr Leute haben Geld, mehr Leute fahren mit uns und wir nehmen noch gleichzeitig mehr Geld dafür. Ja, dann wird das wohl daran liegen. Denk ich mal, ja, ja. Aber meine Überfüllung werde ich trotzdem auch ein bisschen reduzieren. Nicht so drastisch wie du, aber ich gehe mal auf 20% langsam runter. Ein paar mehr Kontrolleure stelle ich auch wieder ein. 50 neue für meine neuen Linien. So, aber ich werde jetzt auch noch einen Kredit aufnehmen müssen, damit ich auch genügend Fahrzeuge einkaufen kann. Aber den, das werden 20.000 innerhalb einer Woche zurückzahlbar. So. Ich glaube, ich muss meine Monovel noch öfter fahren lassen. Ah, das hört sich doch echt gut an. Verdichte ich die hier auf jede Stunde, wobei das ist ja eigentlich jetzt sowieso der Morgenverkehr, wo ich die gar nicht verdichtet habe. Moment, nochmal kurz abbrechen. Ja gut, aber die ist schon immer voll unterwegs. Also da kann ich schon noch mehr Geld rausholen. Hier mussten wieder Leute warten. Die werden auch warten. Hier auch. Nun gut, dann mache ich mal die Verdichtung weg und lasst die durchgehend öfter fahren. So, jetzt kommt es ja alle 45 Minuten bei mir. Ja, das... Wobei, ich gehe mal auf 40 Minuten, dann kann ich nämlich noch Verdichtungen dazwischen kleben in die 20 Minuten Takte. Ja, also unsere Städte, die gefallen mir jetzt schon echt gut. Haben sich schön entwickelt. Mir gefallen die auch sehr gut. Nur, ich habe so viele rote Köpfe noch, das gefällt mir nicht. Das gefällt die so gut, ja. Das gefällt mir nicht so, nee, mein Gehirn. So, jetzt habe ich noch mein letztes Geld in zwei, drei neue Straßen investiert. Aus dem Fenster geworfen quasi. So. Ich denke, ich kann das jetzt erstmal so lassen. Ich muss das natürlich immer ein bisschen im Blick behalten, wie sich das auswirkt. Ob dann noch mehr Fahrzeuge benötigt werden. Aber für den Anfang sieht das so ganz gut aus. Alle so ein bisschen mehr als halb gefüllt. So soll es eigentlich sein. Ja, ich quetsche meinen immer noch schön rein. Ich bin immer glücklich, wenn genau so viele drin sind, wie reinpassen. Am besten noch zwei mehr. Ja, quetsch, quetsch, quetsch. Ja, ich denke, mit der Zeit werde ich das auch irgendwie so ein bisschen runterfahren. Wie gesagt, auf 20% habe ich es jetzt schon runtergeschraubt. Aber auf 0 werde ich noch nicht gehen. Ja, dafür haben wir jetzt eine Monorail auf der Karte. Und auch wenn wir es jetzt doch diese Folge noch nicht geschafft haben, auf die andere Insel, äh, Flussseite rüber zu gehen, werden wir das dann jetzt hoffentlich in der nächsten dann mal schaffen. Das ist jetzt gerade bei mir eine Frage vom Geld. Bei Magitellos wird es auch nicht viel besser aussehen. Gerade ebenso. Also ich habe noch 10.000, um drüben anzufangen. Ja, gut, da kriegst du auch nur zwei Straßen hin und das war's dann. Ja, aber dann haben wir jetzt die folgende Zeit für heute wieder erreicht. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch wenn es nicht über den Fluss ging, denke ich mal, ein gern gewünschtes Feature hier, diese Monorail einmal zu zeigen. Und ihr seht, man kann damit ganz gut Geld machen. Ich mache jetzt fast 8.000 Gewinn. Nicht schlecht. Ja, dafür, dass du sie vor nicht mal einem Tag gebaut hast. Ja. Läuft gut, würde ich sagen. Ja, dann beenden wir jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.